Herzlich Willkommen liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. Das ist der Kanal Jivako World und das heutige Filmchen ist dem Thema der Dankbarkeit gewidmet. Warum Dankbarkeit? Dankbar sein. Wofür? Es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich für den Scheißdreck dankbar. Da bin ich nur so durch die Gegend gelaufen. Ja, so war das. Und es war ein hartes Leben, denn ich habe es von überall zurückbekommen. Den Fack, den ich allen aufgedrückt habe. Ich habe es zurückbekommen. Sagen wir mal so, ich bin gefickt worden. Um es ein bisschen gerade raus auszudrücken. Krasse Bedingungen, harte Bedingungen. Gewalt, Unrecht, Knappheit, Schmerz. So was habe ich erlebt. Die Welt hat mir alles gespiegelt, was ich in sie gekotzt habe. Das habe ich geändert. Und so sieht meine Welt heutzutage ganz anders aus als früher. Toll sieht sie aus. Einfach toll. Hier in diesem Raum, draußen, vor der Tür, hier drinnen. Ich bin sehr dankbar für all das. Und die Dankbarkeit ist der Schlüssel für alles Gute. Jeder Zorn, jeder Neid, jede Kleinlichkeit, jeder Kotz, den du in dir aufkommen siehst und fühlst, wenn du in die Welt schaust, ist dein Gift, dein Gift für dich, dein Gift für andere, dein Gift für die Erde, dein Gift fürs Wasser, ist dein Gift. Du kannst ewig so weitermachen, dich und andere zu vergiften. Bei mir greift das Gift nicht mehr, aus verschiedenen Gründen. Überlegt euch, was ihr erschaffen wollt. Das Gute oder das Übel? Jede Klage dient dem Übel. Wenn ihr etwas Gutes erschaffen wollt, was Schönes für euch, für die Familie, für die Freunde, für die Menschen, für das Land, für die Welt, dann erschafft es in euch, erschafft es in euch und strahlt es in die Welt, gibt es in die Welt, an eure Nächsten und dann an immer mehr, je mehr ihr an Gutem in euch aufgebaut habt. Da kommt das Gute her und da kommt auch jedes Übel her. Das Übel, was du in deiner Welt wahrnimmst, das kommt auch daher. Das nenne ich Selbstverantwortung. Entweder du nimmst deine Scheißverantwortung oder du klagst über andere und die Welt. Das tun die meisten. Daher die Gewalt in der Welt. Das sind mal ein paar Worte der ganz anderen Art heute, die sicherlich nur von wenigen verstanden werden können. Das ist okay für mich. Sowieso. Für mich ist sowieso alles okay. Hier ist es okay. Das habe ich selbst verwirklicht. Das ist mein Verdienst. Ich bin halt ein geschwätziger Herr. Ich wünsche, dass es ein paar Menschen zugutekommt. Und das ist es für heute. Und wie immer bei jedem Film empfehle ich das Buch der Macht. Absolute Freiheit, absolute Selbstbestimmung im Jahre Null, nach der Zeitenwende. Ein Buch für all jene, die sich aus der Ohnmächtigkeit befreien wollen und in die Freiheit und Souveränität gelangen wollen. Das könnt ihr als Hörbuch bekommen, haben, auf diesem Kanal hier kostenfrei. Oder ihr könnt es euch bestellen. Entweder über die Links, die unter diesem Film hier angefügt sind oder wie auch immer. Alles Gute und ich wünsche mir, die Fähigen, die Willigen, die Guten, die Eigenverantwortlichen, die klaren Birnen zu treffen. Auf den nächsten Menschen treffen. Also bis dahin. Ciao. Ciao.